Moin, Moin, hier ist wieder Euroband für euch. Ich bin hier aktuell in meiner Wohnung und ich steig wieder in mein Lauftraining ein. Wollte eigentlich heute rausgehen, bin aber heute drin geblieben und habe mir hier so eine kleine Lauffläche gemacht. Und fangen wir jetzt einfach mal an. Ich weiß noch nicht wie lange dieses Video wird. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen. Das werde ich gleich nochmal eine schöne Stunde mit Musik machen, da das gämatechnisch aber schwierig ist. Tschau mit Frau Robin. Tschüss.